so willkommen zurück in thiamir dir quer durch ich weiß ich nicht down mit einer durchgezogenen mauer gott straße war alles kaputt machen alles was er tut er ja schick mensch du nein das unser hauptgebäude ist ich bin nicht mehr raus ich wurde ich wurde entführt ich komme nicht raus ich bin zu fett das ist das sind die gebäude aber der und dies ist brutal brutal und wenn ihr dann noch richtigen waffen habt eine radegarn und so ein scheiß ne bruder einfach boom heftig das ist mit dem video spaß war ja noch alles ich habe einen bagger gesehen ich habe also hier sehen wir ja guck wenn was hier einer und rein in die olga also das habe ich gar nicht kommen sie ich dachte er bleibt hier vorne stecken einfach durchs wohnzimmer durch die zimmer dann nimmt dem gastank oder was habe ich wollte ich wollte gerade drücken ja scheiße habe ich auch noch mal das ist sozusagen die schnelle zerstörung weil ich keine bessere ist nicht wahr abrissbirne im morgenstern form er wird ja mal geiler hier aber wie kann ich jetzt verstehen sie mir dahinter mir ja 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 also ja 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 ich kann das ich bin ich bin ich bin ich habe aus ein bescheid einmal dadurch war abriss war der komando dann fahren wir einmal hier durch und ich denke jetzt schon fest wird es mich verarschen wie kann ich mit den anderen teilen bedienen warte mal wir in dem anlauf anlauf ist immer die beste methode wie auch immer ich das da abkriege aufkriege aha da war auch was x aha natürlich ok na dann oh ne falsche taste einmal quer mit dem durch das ist gewollt wir dürfen wir müssen das ist oh yo junge uh scheiße ne 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 aufpassen 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 na aufpassen aufpassen naja kommen wir jetzt da rein wie komme ich mir jetzt da rein ich weiß dass man den fahren kann ich habe die map schon gespielt einfach eine scheiß abrissbirne diga ah ja und wie kriege ich das ding jetzt hoch ja das habe ich auch nicht gekriegt ja wie weit runter yo chill alter rockin ball wie wäre jetzt nicht warum nicht na dann oh kacke funktioniert einmal jalla doch die dreh her bahn digge alter das geht ja durch kann ich das so aktiviert lassen runter machen ja ein stück runter noch ein stück wie sieht der ego aus ja gar nicht schade das ist nicht so geht leute stecken wir haben es gleich wie könnte ich wieder einziehen wir müssen nur ein paar reparaturen reparaturen vorfüllen ist nichts großartiges wenn man so jetzt mal komplett runter bahn digger also wird er weiterfahren er weiter geil das geht sexy da war ich meine dicke fette explosion leider ich muss gucken dass ich nicht die morgen starten abkriege ja weg hier weg hier weg trifft er mich da ist glaube ich ein gast mit vorsicht mit jetzt viel siehst du mit ganz viel vorsicht eigentlich schafft man aber grad sich ab wenn ich so ein stern in die fresse kriege natürlich klar moin ja verfolgen ja scheiße man springen oh wow da hat mich überhaupt getroffen hey da passiert ja nischt wenn die getäuscht nehmen wir bei den minian ja wie stecken die dinge in flammen ob das noch weiterfährt weiß ich nicht das geht aber nicht in brandorf wir müssen es spannender machen aber hier war doch irgendwo ein aufzug oder nicht also war betonen liegt auch war ne ich bin von räumungs kann man das muss ja so sein das hat alles seine richtigkeiten ist das nicht ein geiles gebäude jetzt kann ich euch die ätzende sache jetzt mal so zeigen wo ist das hier der herr ist einfach nur heftig wir verätzen war das auto geht das müsste eigentlich da einfach weg dinge aber wenn es mich trifft bin ich tot also theoretisch schon aber nämlich jetzt ist nicht weg interessant nun denn was die nachbarn sich denken müssen auch wieder römungskommando das ist ja komisch weg hier auf flammenwerfer theoretisch grob gesagt ich habe jetzt verkleinern so rumzulegen wunderschön 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 alles wasser ne wir wollen ja nichts löschen wir werden kaputt machen dann nehmen wir noch mal die 40 mm das ist auch immer einfach brutal dann nehmen wir unsere karsten bomb jetzt wird es richtig brutal auch oh 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 da fliegen aber teil auseinander jalla digger wunderschön wunderschön eier jaja okay 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 wir sind abhauen ich stecke fest ja gut nicht wahr wir nehmen das andere gebäude auch noch mal ran das waren wir nicht zwar nicht das aber die sport was ich nicht wollte und den haben die ideen hatten wir kurz gefickt nein das ist eine scheiße fand ich nicht noch mal rein weg damit brauchen wir nicht so weit haben wir hier noch im hiegel boost stimmt können wir ausprobieren ich glaube das kannst du nur im auto testen jetzt liegt es falsch wie aktiviere ich das ding gar nicht die karre kommt ja nicht rein da bist du aber meine bagger nehmen nee wir versuchen ihn noch nicht noch nicht wir haben noch genug zeit so ja schon genug power aber es kann nie genug power geben schicken also ich denke mal eher dass die karre mega gut ab geht wieder knallen jetzt voll rein der aber ich habe das im arsch aber wir können durch den aufzug und luken sogar mit türen die eigentlich wir haben einen neunzigsten wir werden der er hebt doch ab muss ich verdrücken hallo ja dann hallo wie g 0 wenn das jetzt nicht funktioniert ich war gerade sage ich meine 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 mein regeln aus und dann mache ich einmal jetzt sagt sagt das mit dem tag muss man auch üben kann ja nicht wahr sein ich beschwere mich bei dem aufzug hier die hälfte steht er war immer noch was ich wäre mensch der wunderschöne keine ahnung wir sehen uns beim nächsten mal auf der nächsten map wenn sie irgendwelche map wünsche haben was ich mir noch runterladen sollte und dessen sollte und so was auch immer ne schreibt mir in die kommentaren da rein ja mal gucken und zu guter letzt eine wunderschöne exkursiert ich überlebt hat ja gut das war's mit dem video wir sehen uns beim nächsten mal tschö mit ö tschö 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 Bis zum nächsten Mal.